Warum nicht schon so gegen Augsburg oder Bielefeld? Und am Mainzen zum Vorbericht zum Spiel gegen Mainz 05. Wir eröffnen den 13. Spieltag am Freitagabend. Ja, die Mainzer, die haben sich richtig, richtig gemacht. Vor allem im letzten Saison hinein oder hinweg. Trainer, Ex-Spieler, Bo Svensson hat absolut eine Wende eingeleitet bei dem Klub. Seidem absolut formstark, spielen guten Fußball. Und ja, ein absolut harter Brocken für jeden. Letzte Saison waren sie noch zeitweise unter Schalke, tabellarisch. Die haben dann eine absolute, ja, von der Punkteausbeute her eine Champions League-Rückrunde gespielt. Und auch jetzt top dabei. Platz 8 aktuell, seit 5 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Letztes Spiel waren 1-1 gegen Köln, haben sie in der 3-5-2 flach gespielt, formationsmäßig. Burg hat wieder getroffen, das eine auf dem absolut aufpassen muss. 2-3 wichtige Spieler sind gesperrt bzw. verletzt. Da wären Bell, Saint-Just, Kor und auch Lukoki dabei. Ex-Spieler haben wir auch im Aufgebot, nämlich Stöker und Scholle bei den Mainzern. Und wir haben ja auch Ex-Spieler von Mainz, Florian Müller. Nach dem 2-1 beim BVB, gehe ich später nochmal kurz darauf ein, sind wir gerade auf Platz 16. Die Realität heißt Relegationsplatz. Augsburg ist durch den überraschenden Bayern-Sieg vorbei. Die Mainzer, wie gesagt, auf Platz 8. 8 Punkte mehr als wir auf dem Konto. Nächste Spiele nach Mainz sind für uns die Hertha. Wieder ein Heimspiel, zwei am Stück. Und danach geht es nach Wolfsburg. Für die Mainzer geht es zu Hause gegen Wolfsburg nach uns. Und danach geht es zu den Bayern. Die Gesamtbilanz gegen die Mainzer ist sehr ausgeglichen. 12 Siege, 6 Unschieden und 12 Niederlagen. Zu Hause sieht es schon einen Ticken besser aus. 8 Siege, 2 Unschieden und 4 Niederlagen historisch. Die hat irgendwie Mainzer ein bisschen als Angstgegner abgestempelt, auch zu Hause. Stimmt so aber natürlich nicht. Vielleicht noch so ein bisschen die Nachwirkung vom 1-3 damals. War ja vorletzter Spieltag in der Abstiegssaison 15-16. Vielleicht deswegen noch so ein bisschen das im Kopf. Die Mainzer zu Hause irgendwie negativ abgestempelt bei mir. Was unsere Leistungen angeht. Keine Ahnung. Stimmt aber sogar nicht ganz. Letzte beiden Spiele haben wir auch gewonnen. Letzte Saison ein 1-4 in Mainz und auch ein 2-0 zu Hause. Der Startelf-Tipp findet ohne PK statt. Die ist ja erst morgen früh, beziehungsweise für mich morgen früh. Für euch quasi gefühlt in ein paar Stunden, weil ich es ja Donnerstag früh hochlade. Fünfte gelbe Karte. Kudibali fehlt damit. Sonst haben wir ein paar Rückkehrer. Marmusch, Führig und Silas. Sieht alles okay aus. Können alle Potenzial für den Kader haben. Aber wohl noch keiner. Über 90 Minuten. Bei Silas wäre es dann nach Dortmund das nächste Mal die Hoffnung, dass man seinen Kurzeinsatz-Comeback feiern kann im Stadion. Bei Kempf ist noch Unsicherheit. Aber gut, da würde ich eh sagen, dass Ito überragend war in Dortmund. Von dem her wäre es auch nicht schlimm, wenn eben dann nochmal Ito spielt statt Kempf. Von daher sehe ich auch tatsächlich in der Aufstellung nur eine Änderung. Eigentlich so. Ganz von der Tränen wird wegen Kudibali ersetzt eben. Und da tippe ich mal Marmusch rein. Weil ich glaube, dass der vom Gefühleffekt am weitesten ist. Noch lieber wäre es mir auch, dann Förster durch Führig zu ersetzen. Aber ich glaube, das kann ich nicht. Ich glaube, von diesen drei Kollegen da Marmusch, Führig und See, das wird es nur für einen maximal für die Startelf reichen. Und da ist es eben vom Gefühle irgendwie Marmusch. Wie gesagt, morgen früh PKA. Mal gucken, was da genaueres kommt. Und das Dortmund-Spiel muss zu 100 Prozent, darf und muss zu 100 Prozent Hoffnung machen. Also ganz klare Geschichte. War eine sehr, sehr starke Auswärtsleistung. Man hätte sich da einen Punkt auch absolut verdient gehabt. Gerade, wie schon angesprochen, Ito fand ich hinten überragend. Auch Mangala hat es noch ein bisschen wieder zurückerinnert an seine alte Leistungsstärke. Er war jetzt auch nicht immer komplett auf der Höhe. Massimo macht eine geile Hütte, richtig stark durchgesetzt. Und dann macht man sich selber jetzt so ein bisschen kaputt durch die Ecke. War ein bisschen Entlastung mal. Ihr habt es in den Stream-Highlights vielleicht gesehen. Ja, das war einfach unnötig. Also du hast Entlastung und lässt dich durch die eigene Ecke. Läufst du in den Kontorei, weil du quasi keine Absicherung hast. Und dann kannst du BVB halt ausspielen. Denn das war echt nicht möglich, als würde ich einen Punkt mitnehmen können. Aber ey, mit solchen Leistungen holt man Punkte, wird man Punkte holen. Die andere Frage ist da wieder ganz provokant. Warum nicht schon so gegen Augsburg oder Bielefeld beispielsweise so? Der Kader war der gleiche. Oder der Kader war sogar nochmal besser in den Spielen. Zum Beispiel Führig und so. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss es wieder dieser Top-Gegner sein, um auch eine Top-Leistung bringen zu können. Aber immerhin ist es ein Lichtblick. Von daher würde ich auch mal so tippen wie letzte Saison. Ich tippe mal wie letzte Saison. Ein 2-0-Heimsieg ist ein bisschen optimistisch, weil wir meistens doch irgendwie noch eine Kiste fangen. Der typische Tipp wäre jetzt ein 2-1 gewesen. Aber ja, ich gehe auf ein 2-0. Einfach vom Bauchgefühl her. Weil jetzt muss auch. Jetzt muss auch. Jetzt hast du mit Mainz und Hertha zwei Heimspiele in Folge. Da muss geliefert werden. Und zum Spieltag selbst, beziehungsweise zum Stadionbesuch selbst, kam gestern Abend noch das Video. Weil, wie gesagt, habe ich auch da gesagt, hier so ein bisschen rafelt. Samen sprengen würde. Deswegen check ich das Video sehr, sehr gerne ab. Alle Infos rund um Corona und im Stadionbesuch und so weiter. Kurz gefasst hier. 2G plus. Maximal 25.000 sind zugelassen. Und es gibt zum Beispiel auch Einlasszeiten für verschiedene Blöcke. Plus auch weiterhin die Maskenpflicht am Platz während dem Spiel. Wie gesagt, morgen früh oder jetzt dann für euch in ein paar Stündchen die PK. Mal gucken, was da noch so kommt. Ob ich einen Kommentar noch verfassen muss unter das Video. Weil sich irgendwas drastisch geändert hat. Ich glaube es aber fast nicht. Auch im Sinne von dem Positiv-Test von Missland hat. Aber der Rest war ja auch alles negativ. Ja, hier wie immer der gesamte Spieltag noch getippt. Auch so in der Kick-Tipp-Runde zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.